Hier wird ein Büro zur Miete angeboten. Es befindet sich in Heidelberg. Verfügbar ist das Objekt ab sofort. Das Haus wurde 1970 erbaut. Das Büro verfügt über einen Personenaufzug. Monatlich beträgt die Miete des Objekts 0 Euro. und 18 pro Quadratmeter. See Immobilien Management GmbH steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.